Wow! Und du? Du wolltest doch zum Sport. Aber keinen Bock aufs Gym? Hier ist die Lösung. Was ein Workout! Bam! Und du? Willst du den Helden spielen oder selbst der Held sein? Jetzt bist du The Nut. Ich sehe schon, ihr habt den Dreh raus. Ich weiß, wie Sie mich nennen können. Detective Alex Cross. Es gibt eine Verbindung zu weiteren Toten. Denken Sie, Sie können ihn aufhalten? Ich weiß es sogar. Gebote wie 20% auf alle Produkte von Altera oder 20% auf alle Bäder von TTZ. Nur bei Rossmann. Mein Druckeriemarkt. Endless Entertainment mit Join Comedy. Was ist denn so der heiße Scheiß gerade? Join ist, wo Comedy einfach bissiger ist. Dann beißt du zu. Join ist, wo Comedy einfach legendärer ist. Das will ich haben. Join ist, wo Comedy kostenlos zu Hause ist. Was? Ich weiß, es klingt verrückt. Das ist jetzt ja irre, das ist jetzt ja krank im Leben. The moment you've all been waiting for. Willkommen zu Hause. Join Streaming und Live TV kostenlos. Sind die Promis auf der richtigen Spur? Sie wollen uns wirklich blamieren vorm Fernseher. Nein, gar nicht. Das ist mir scheißegal. Bist du denn so langweilig, dass du dich auf Kosten anderer in Szene setzen musst? Wir sind nicht auf der Fashion Week. Wir sind hier im asozialen Stingsbom. Wo? Ja, wo sind wir denn bitte hier? Bei Promibüßen. Genau. Das große Promibüßen. Donnerstag, 20.15 Uhr. Pro 7. Oder vorab streamen auf Join. Kriegst du das hin, innerhalb von 20 Sekunden deine neue Sendung zu erklären? Natürlich. In meiner Sendung ist der Name-Programm Kriegst du das hin, Mario Basler und Julia Siegel fünf Stunden vom Rauchen abzuhalten? Ich bin jetzt kurz so froh. Keine Entscheidung. Aber du hast ja keine Grund, mich anzuschreien. Alleine ein Flugzeug zu fliegen. Ich krieg doch nicht diese Klapperkiste. Ah, verwahrt du dich! Oder mit cool Savasch einen Party-Song zu kreieren. Guck mal, der Assi, ey! Und über all dem steht natürlich die Frage... Kriegst du das hin? Ab morgen 21.25 Uhr. Pro 7. Oder kostenlos streamen auf Join. Puh, ganz schön dicke Luft da drin. Da geht man doch...